Ja, hi zusammen! Heute soll es um das O-Tackle D1 gehen, was mir von O-Buy für ein Video zur Verfügung gestellt wurde. Und man kriegt es beim August-Sale für 31,96 Euro. Und mit meinem Gutscheincode FRIT10 könnt ihr auch nochmal 10% sparen. Das macht jetzt hier ehrlich gesagt nicht so viel aus, aber der Gutscheincode gilt auch bei größeren Sachen. Und da macht es dann definitiv Sinn, also vergesst ihn nicht. Dann komme ich mal gleich zu dem D1. Das ist ein kleiner Schraubendreher aus einer Titan-Legion. Und ich bin echt überrascht, wie klein der ist. Also ich hatte vorher ein paar Bilder gesehen. Und dann kam der in dieser winzigen Verpackung an. Und entsprechend war der halt auch richtig klein. Und das hat es mir wirklich sehr angetan. Und mit der Größe ist er halt perfekt für so eine EDC-Pouch. Also wenn man sowas im Rucksack dabei hat, dann kann man den da wunderbar mitnehmen. Also hier in so ein kleines Fach reinpacken. Und da nimmt er dann nicht viel Platz weg. Man hat eine gewisse Anzahl an Bits dabei. Das werde ich euch später noch zeigen. Und der wiegt auch nicht so wahnsinnig viel. Also ich glaube, angegeben waren hier 42,5 Gramm. Also echt nicht die Welt. Und da ist halt wirklich perfekt für so eine kleine EDC-Pouch. Oder wenn man den einfach nur so in den Rucksack werfen möchte, dann nimmt er nicht wirklich viel Platz weg. Also das ist so ein Punkt, der mir wirklich richtig gut an dem gefällt. Was übrigens auch noch mitgeliefert wird, ist es so ein kleines Lanyard oder so ein kleines Stück Paracord. Dann kann man sich so ein Lanyard drausflechten, also rausgeknoten. Hier oben ist so eine Öffnung, da passt es dann durch. Würde ich jetzt persönlich nicht machen, aber das kleine Paracordstück kann man hier auch wunderbar in so eine Pouch mitnehmen. Wenn mal der Schnürzengel oder so reißt oder man irgendwas aneinander binden möchte oder so, dann hat man ein Stück Paracord dabei. Das ist nicht verkehrt, aber dann mal zum D1. Man öffnet es, indem man diese, ich sag mal, Flügeltüre nach oben schiebt. Und das wird mit so einem kleinen Beat-Hand-Ball hier gehalten. Also da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass es mal außersehen aufgehen könnte. Und man hat auch noch so einen gewissen Spielspaßfaktor. Also das macht irgendwie auch ein bisschen Spaß. Und innen drin hat man dann vier Doppelbits. Und zwar hier Torx 6 und Torx 8. Dann hier Philips 0,0 und Philips 2. Dann hier noch einen Philips 0 und einen Schlitz 3,5. Und als letztes zwei Inbus und zwar 1,5 und 2. Und da hätte ich mir persönlich, ehrlich gesagt, noch einen weiteren Torx gewünscht. Vielleicht so einen 10er und 15er. Das wäre mir, ehrlich gesagt, lieber gewesen. Und was ich auch noch machen könnte, hier wäre die Bits beschriften. Dass man dann immer gleich weiß, welchen man hatte und dann nicht ausprobieren muss. Das fände ich nochmal ein bisschen schöner. Aber abgesehen davon sind es halt schön kleine Bits. Und dadurch, dass es halt Doppelbits sind, passen da einige rein. Und die befestigt man dann am Schraubendreher entweder vorne. Da hat man so einen kleinen Magneten, der die hält. Also hier vorne passt der dann rein. Und hier innen drin ist so ein kleiner Magnet. Da brauche ich mal eine Taschenlampe. Und ich denke, da sieht man das dann auch, dass da so ein kleiner Magnet drinnen ist. Und da wird der Bit dann gehalten. Und zwar so, dass man ihn leicht rausbekommt. Aber er aber auch nicht von selbst rausfällt. Und alternativ kann man den noch an der Seite hier dran machen. Da wird er dann nicht gehalten. Also da fällt er dann raus. Ist nicht so wahnsinnig leicht, aber er hält halt eben nicht. Und wenn man dann ein bisschen mehr Kraft braucht, dann kann man das halt so verwenden mit der Seite hier. Und dann mit ein bisschen mehr Kraft arbeiten. Bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, das sind eher kleine Bits. Also da braucht man nicht so wahnsinnig viel Kraft. Aber wenn man das doch mal braucht oder die vielleicht auch austauscht, dann ist es eigentlich ganz nett gemacht. In dem Fach ist übrigens auch noch so ein Silikonstück drin, hier unten. So, dass die Bits nicht so wahnsinnig laut klappern. Also so ein kleines bisschen klappern die dann schon noch. Also hier unten sieht man es hoffentlich. So ein bisschen Silikon-Klebefläche, die da drin ist. Ich mache die mal alle vier rein. Und wenn man das dann zumacht, dann hört man relativ wenig. Also mit viel Kraft klappert es und so klappert es auch. Aber so relativ wenig. Finde ich ganz cool, wenn man es im Rucksack dabei hat, dann klappert es nicht so wahnsinnig laut. Ich habe hier mal zwei alternative Produkte. Einmal von Husky und der klappert deutlich lauter. Und dann noch von Combat Beats den MK2. Und auch der klappert deutlich lauter. Also das finde ich ganz nett gelöst, dass sie da Silikon reingemacht haben und es da nicht so wirklich störend ist. Und wenn ich die anderen schon gerade hier habe, vielleicht nochmal zum Vergleich. Die haben beide den Vorteil, dass die Endkappe hier sich drehen kann, sodass man da ein bisschen schneller schrauben kann. Weil man halt das Teil hier in dem Handballen hat und dann hier vorne drehen kann. Das geht hier ehrlich gesagt nicht. Finde ich allerdings nicht so wahnsinnig schlimm. Das ist für mich eher so ein Tool, was ich mitnehme, wenn ich mal unterwegs zufällig irgendwas nachgeschrauben oder festziehen muss. Meinetwegen, weil die Axtschraube sich gelockert hat und die Klinge spiegel hat oder bei der Brille irgendwie ein Bügel sich gelockert hat oder sowas. Und wenn ich da mal so zwei, drei Umdrehungen mache, dann brauche ich das nicht unbedingt. Und bei dem normalen Schraubendreher hat man das ja in der Regel auch nicht. Das ist halt so ein Komfortfeature, was ich eigentlich auch ganz nett finde und auch nicht verkehrt ist, gerade wenn man mal mehr schrauben muss oder sowas. Aber für so einen EDC-Notfallschraubendreher, da kann ich damit auch ganz gut leben, dass dieses Endkappe sich hier nicht dreht. Und ansonsten habe ich hier halt normale Bits, was den Vorteil hat, dass ich die relativ leicht austauschen kann. Also die kann ich überall nachkaufen und mir dann auch mein Traumbit-Kit selbst zusammenstellen, recht leicht. Hier vorne habe ich einen und dann im Griff sind drei weitere, halt insgesamt dann nur vier Stück. Ist ein bisschen von Nachteil. Hier habe ich halt insgesamt acht Stück, dadurch, dass es Doppelbits sind. Und hier das Gleiche. Hier habe ich im Griff drei Doppelbits und einen vorn drin. So habe ich hier vier Doppelbits, also auch acht Stück. Der Vorteil hiervon wären allerdings, dass ich da alles Torx habe. Also ich glaube, Torx 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, was auch immer. Also da ist wirklich alles dabei, was man gerade braucht an Torx. Dafür halt keine Philips. Aber wenn man ein Messer zerlegen möchte oder sowas, dann hat man immer garantiert den richtigen Torx dabei. Außer man hat halt doch irgendwie ein Messer, wo man einen Schlitzschraubendreher braucht oder einen Philips oder wie auch immer. Also es ist halt wirklich schwer, die richtige Kombination da zu finden. Das war mein Geschenk, da kann ich euch ehrlich gesagt nicht mehr dazu sagen. Ich verwende das halt ganz gerne, weil ich da wirklich alle Torx an einem Platz habe. Und den verwende ich ganz gerne, weil ich mir da relativ schnell meine Wunschkombination zusammenstellen kann. Der ist allerdings auch relativ teuer. Mit 160 Euro kostet der dann etwa fünfmal so viel wie der D1 von O-Buy oder O-Knife. Von daher ist im Prinzip auch ein unfairer Vergleich, beide aus Titan. Der sieht halt ein bisschen schicker aus. Ja, der ist halt nur mal kleiner und leichter. Also für so einen EDC, wenn man den mitnehmen möchte in der EDC-Pouch, sowas passt hier halt nicht mehr rein. Der ist zu groß. Beziehungsweise man müsste halt den Bit hier vorne abmachen, dann würde das irgendwie gehen. So wirklich gut finde ich das aber nicht. Den könnte man mitnehmen, wenn man ihn verliert, tut halt richtig weh. Ist auch ein bisschen groß, ein bisschen schwer dafür, dass man den halt nur relativ selten oder sporadisch braucht. Und man hat halt nur vier Bits dabei. Und da ist der halt ehrlich gesagt perfekt, weil er wirklich kaum Platz wegnimmt. Und man acht Bits dabei hat, macht auch einiges her. Gewicht geht auch noch in Ordnung. Ich glaube, angegeben sind hier 42,5 Gramm. Also nicht so wahnsinnig schwer. Hier wäre vielleicht noch eine Alu-Version ganz schön. Auf der anderen Seite, ich mag Titan echt gerne. Also die Stärken von dem Tool sind auf jeden Fall die Größe, dass man acht Bits dabei hat und damit auch eine gewisse Auswahl hat. Und dass es gerade mal 32 Euro kostet, was wirklich mehr als fair ist für ein Titan-Tool. Und mit meinem Gutscheincode sind es ja sogar 130 Euro. Und da kann man definitiv nicht meckern. Und das ist halt wirklich richtig schön klein. Man kann das immer mitnehmen und hat dann eine gewisse Auswahl an Bits dabei. Also das mache ich ganz gerne für so ein EDC-Pouch-Tool. Ist es halt wirklich richtig cool und man kann es auch einfach in den Rucksack schmeißen, Jackentasche mitnehmen, wie auch immer. Daheim würde ich dann eher sowas verwenden, was ein bisschen größer ist. Oder halt sowas, was halt ein bisschen besser aussieht und ein bisschen komfortabler ist. Wobei das halt eigentlich auch echt geht, wenn man da einmal im Monat mal eine Achsschraube öffnet oder eine Gehäuseschraube oder wie auch immer. Kann man das definitiv auch machen, das ist gar keine Frage. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Und wie gesagt, wenn ihr was bestellt, dann vergesst meinen 10% Gutscheincode nicht. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.